Hey, hey, hier ist der Wappendribbler und ihr hört Megafon95, der Fortuna-Podcast von Fans für Fans mit dem Micha aka Schwerensky8 und ja, du hast in der letzten Ausgabe noch gesagt, ja, wenn wir das nächste Mal hören, haben wir 6 Punkte mehr auf dem Konto. Jetzt haben wir gefühlt jetzt ein Spiel immer nach Führung verloren und irgendwie können wir die Mentalitätsklausel, die Mentalitätskeule können wir jetzt rauspacken und einfach mal jeden verprügeln, den wir auf dem Weg zum Stadion nach Hause treffen, aber Micha, was ist los mit der Fortuna? Guten Abend erst miteinander. Ja, wir nehmen jetzt direkt nach dem Berlin-Spiel auf, also wirklich 5 Minuten nach Abpfiff und ich muss sagen, ja, man hat verdient verloren, die letzten Spiele hat man eigentlich auch verdient verloren, obwohl man eigentlich in Führung gegangen ist. Jetzt war natürlich das Berlin-Spiel ein bisschen anders, die anderen zwei Spiele gegen Frankfurt und gegen Freiburg oder Gladbach hat man wenigstens noch mitgespielt, man hat bewusst das 1-0 erzielt, man hat lange Zeit, aber man hat eine Führung gehabt und danach kippte das Ganze und man hatte danach nie wieder Zugriff. In Berlin hatte man bis auf die Phase, glaube ich, die Viertelstunde, wo man zwei Elfmeter hätte bekommen müssen, wo man nur ein Führung bekommen hat. Bis auf diese Viertelstunde, 20 Minuten hatte man überhaupt gar keinen Zugriff auf das Spiel. Berlin war einfach besser, die Bisewitsch hat ein Riesenspiel gemacht, auf der Tuna-Seite, Zach Steffen, ja, der hat das gemacht, was er machen muss, aber wirklich rauszukratzen war da keiner. Und ansonsten hat mir eigentlich Oliver Fink super gefallen, aber ich greife jetzt schon vor, wirklich greifbar ist es nicht, was können wir die Mannschaft appellieren? Sagen, greift an und wir müssen mehr raushauen und irgendwie floskeln. Kann Friedhelm Funkel da was trainieren? Kann da irgendwas passieren? Ja, ich glaube, das Ding ist einfach nur Selbstvertrauen. Letzte Saison in der Rückrunde hat man ja auch nur so überragend gespielt, weil man halt das Selbstvertrauen hatte und weil man dann einfach die Eier hatte und sich gedacht hat, ja, wir sind Fortuna, wir können alles. Und dann gewinnst du halt und wirst dann souverän Zehnter. Und aktuell ist es halt so, wie jetzt gegen Berlin. Berlin ist komplett überlegen und dann kriegst du halt, sag ich mal, einen Elfmeter, der natürlich einer ist, aber trotzdem ist es, sag ich mal, vom Spielverlauf eigentlich nicht gerecht. Und dann gehst du halt glücklich in Führung, sag ich mal. Der Fortuna hat halt zwei gute Möglichkeiten und einmal davon ist halt einmal, Luis Baker wird steiggeschickt, dann wäre auch immer, räumt den Halt am Knie ab. Der Schiri sagt dann halt irgendwie, nee, das reicht mir dann doch nicht. Auf der Saison wurde jetzt gesagt, ja, war auf jeden Fall 100% Elfmeter, also ist nicht argumentierbar. Mit 2. Elfmeter, da kommt einfach der Verteidiger von Berlin zu spät und haut dann einfach Fink mit der Sohle einfach um. Ist dann so, einen machst du dann rein, souverän, Hennings platziert, unten links. Keine Ahnung, ich glaube, Fortuna muss einfach mal ein Spiel gewinnen. Mit dem nächsten Gegner sollte das auch eigentlich klappen können. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Ja, um schon vorzugreifen, die nächsten drei Spiele müssen halt eigentlich gewonnen werden gegen Paderborn, Mainz und im Pokal gegen Aue. Also wenn das nicht, das müssen eigentlich drei Siege werden und wenn es nicht drei Siege werden, dann wird das nichts mehr mit 10. Platz, sondern es wird dann nur noch um 16. 15. Platz gehen. Mir würde ja reichen, wenn sie drin bleiben. Also klar, die 10. Platz letztes Jahr war ein richtig krasser Erfolg. Ich freue mich für die Fortuna und für alle, deren beteiligt waren. Das war ein Erfolg, der ist so erstmal nicht zu wiederholen. Vor allem, da du halt Spiele abgegeben hast, verletzte Spiele hast und halt neue dazugekommen sind. Das ist halt jetzt ein neuer Mix, der muss sich finden. Wenn wir Glück haben, findet er sich und wir spielen nochmal eine gesteigerte Rückrunde. Weil du siehst, wenn jetzt, okay, das Selbstvertrauen ist momentan nicht da, aber eigentlich im Kern siehst du spielerisch die Idee von Friedhelm Funke. So, jetzt muss halt nur nochmal wieder ein bisschen die Eier anschwellen und dann läuft der Choo-Choo-Train vielleicht wieder. Vielleicht sind auch die ein oder andere Spiele ein bisschen mental kaputt und vielleicht auch nicht richtig fit. Wir haben viele Verletzte momentan, das rotiert immer so ein bisschen durch. Ich habe auch das Gefühl, Nico Gieselmann ist so ein bisschen überspielt auf der linken Seite. Suttner ist verletzt, Contento irgendwie nicht richtig fit oder nicht sicher. Auf jeden Fall setzt Friedhelm Funke nicht auf ihn. Keine Ahnung, was auf jeden Fall dran ist. Ja, was Gieselmann angeht, ich bin ja ein kleiner Gieselmann-Fanboy. Aber aktuell in dieser Saison, er kommt irgendwie nicht rein. Das ist nicht mehr der Gieselmann von den letzten zwei Jahren. Irgendwie spielt der nur noch... Also viele andere auch nicht. Ja, aber trotzdem beim... John Simmer, okay, der ist jetzt leicht verletzt, aber der spielt keine Rolle. Ja, der hat ein Spiel gespielt jetzt. Wie gesagt, der spielt momentan keine Rolle, leicht verletzt. Khan Eihahn war auch furchtbar. Williams, ja, war auch heute furchtbar. Hoffmann kommt auch nicht an die Form von letzter Saison ran. Hennings und Fink, klar, beide bären stark. Und ich habe bis auf, dass ich Bozek auf dem Spielplan gesehen habe, oder wenn ich das, Spielberichtsbogen gesehen habe, wusste ich nicht mal, dass der spielt. Also, ja, ich weiß nicht. Ja, aber ich weiß, was ich halt... Ich finde es halt beim Gieselmann besonders krass, weil wir haben ein Gefühl, jedes Gegentor die Saison war, glaube ich, über die linke Seite. Ja, okay, jetzt gegen Berlin das Tor gegen, was Luke Bakio vorbereitet hat, der überragend gespielt hat nach seiner Einwechslung, leider. Die Seite ist... Das Tor ist über die rechte Abwehrseite gefallen, aber ich habe das Gefühl, gegen Frankfurt sind schon alle Tore über links gefallen, gegen Freiburg, gegen Gladbach und jetzt auch gegen Berlin. Ich habe das Gefühl, es fallen, wenn wir gegen Tore kassieren, die meisten fallen über die linke Seite, über die Seite von Gieselmann. Ich bin wirklich der Meinung, man sollte dem Gieselmann vielleicht mal ein, zwei Spiele Pause lassen. Obwohl, ja, wie gesagt, ich bin halt ein Gieselmann-Fanboy. Ich fand, der war letzte Saison einer der stärksten und unterbewertesten Spieler. Aber in diese Saison, wie gesagt, kommt der irgendwie nicht rein und dann könnte man auch mal irgendwie zwei Spiele oder ein Spiel mal den Contento spielen lassen, um Gieselmann mal ein bisschen Pause zu gönnen und vielleicht kommt er dann wieder so zurück, wie wir ihn kennen. Aber aktuell ist er einfach überhaupt nicht in Form und das finde ich sehr schade. Kurz nachzuholen. Gladbach, 2-1 Fortuna, Tor für uns hat Kasimel entgeschossen. Gegen Freiburg hat Hennings das Tor gemacht. Auch 1-2 Follower und dann dementsprechend heute 3-1. Eure Meinung dazu, gerne, wenn ihr es über YouTube konsumiert, in die Kommentare. Ansonsten findet ihr uns auch auf Soundcloud, Stitcher, Apple Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns auch gerne in unsere Megafon95 Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr gerne unter der Post der aktuellen Folge mit uns diskutieren, nämlich haut auch mal den Soundcloud-Link. Mal wieder raus. Gucken wir mal, was da passiert. Und ansonsten findet ihr alle Links, die ihr braucht. In der Beschreibung natürlich von Sternenbewertungen. Freuen wir uns extrem. Und der Micha würde gerne noch den Devin grüßen. Ja, liebe Grüße an Devin. Ich habe jetzt unter der Woche, habe ich dir noch gar nicht erzählt, habe ich mit dem auf Instagram eigentlich relativ viel mit dem geschrieben. Also ich hatte mich gefreut. Das war so das erste Mal, dass ich wirklich mal mit einem Zuhörer mehrere Worte gewechselt habe. Und es nicht nur mal ein Kommentar war unter einem Video oder so, sondern dass man mal wirklich miteinander geschrieben hat. Und deswegen wollte ich nur mal liebe Grüße da lassen. Ich freue mich immer, wenn uns Leute schreiben, mit denen man dann kommunizieren kann. Also wenn was zurückkommt, hat man das Gefühl, das hören auch wirklich Leute aktuell. Also wenn halt nichts zurückkommt, sendet man das so in den Äther. Und wenn halt nichts zurückkommt, dann macht man das halt so für uns. Und wenn man dann irgendwie so Kommentare kriegt oder mal einer einem anschreibt, dann merkt man so, oh, da sitzen wirklich Leute hinter, die da wirklich einem zuhören und die das auch wirklich gut finden, was man macht. Und das ist dann ein schönes Gefühl. Dann Devin, wenn du Bock hast, schick dir mich mal deine Grüße. Du solltest den Megafon95 Pullover kennen. Wenn du auf Instagram unterwegs bist, schick dir mich mal deine Größe. Und dann besorgen wir dir auch so ein schönes Ding. Jetzt zum Abschluss, Micha, die Unruhen um Röttgermann mit gehackten E-Mails und Lügen zum Sportvorstand und falschen Ablösesummen mit Gelsenkirchen und Football-Leaks. Micha, hau mal so ein bisschen raus, was da passiert ist. Ja, so ganz verstehe ich es nicht, weil da sich irgendwie aktuell ein bisschen sehr auf den Röttgermann eingeschossen wird, weil der ja irgendwie nebenbei noch an seiner Fußball-App da programmiert hat. Und das nicht, also bevor er bei Fortuna angefangen hat, hat er an seiner Fußball-App programmiert und dem Verein nicht Bescheid gesagt, dass er dann da so ein Nebenprojekt laufen hat. Und dann wurde das zu so einem Skandal hochsterilisiert, wo ich mir denke, ja, okay, wenn er sich nicht hundertprozentig auf seinen Verein konzentriert, sondern nebenbei noch so ein Projekt laufen hat und da von dem Verein nichts sagt, denke ich mir so, okay, das ist jetzt vielleicht nichts, was, sage ich mal, illegal ist, sondern maximal moralverwerflich. Was ich halt bei der Aktion halt schade fand, war, das war beim letzten Spieltag gegen, ich weiß nicht, ob das Freiburg oder Gladbach war, ja, wie soll ich sagen, da wurde Funkel halt in einem Interview darauf angesprochen, auf diese Affäre. Und dann, ja, das ist so diese Argumentation, die ich persönlich richtig schade finde, die ich auch vor etlichen Folgen mal kritisiert habe, dieses, man wird wegen was angemeckert und dann zeigt man mit dem Finger auf den anderen und dann, ja, du, da, guck da hin, da ist auch nicht alles richtig. Und das war halt so dieses, Funkel wurde halt gefragt, was da ist mit Röttgermann und hier und da. Und die Antwort vom Funkel war dann einfach nur so, ja, das kann schon sein, dass das nicht in Ordnung ist, aber man muss auch mal erwähnen, dass die E-Mails alle gehackt wurden und dass das ja eigentlich illegal ist. Und das ist dann so dieses, ja, weiß ich nicht, das ist so eine Argumentation, die mir halt auf den Sack geht. Also das ist jetzt, das machen viele, das mache ich manchmal, rutsche ich da auch rein. Und im Nachhinein denke ich mir so, oh, jetzt bist du auch da reingerutscht in dieses, ja, mach das doch selber besser. Oder ja, aber was du machst, ist auch nicht richtig. Und also in diese Abwehrhaltung und, ja, ich mag diese Art der Argumentation nicht, weil das ist für mich so ein, ich habe keine anderen Argumente und dann versucht man den schwarzen Peter wem anders unterzujubeln, anstatt einfach zu sagen, ja, das war scheiße vom Röttgermann und wir klären das jetzt intern, wäre ja eigentlich eine reale Antwort so, die man halt hätte geben können. Aber dann so dieses, ja, aber die wurden ja gehackt und das ist ja illegal und darüber müssen wir ja auch erstmal reden, bevor wir über uns sind. Nein, ich habe Scheiße gebaut oder er hat Scheiße gebaut, da muss man darüber reden und nicht dann irgendwie die Aufmerksamkeit auf was anderes lenken. Und jetzt rede ich wieder viel zu lang über dieses Thema, aber das fuckt mich halt ab. Allgemein auch viel zu viele Leute argumentieren so mit diesem, ja, aber die guckt doch dahin, die machen es auch nicht besser. Und ja, das ist halt in Deutschland im Moment ziemlich beliebt, mit dem Finger auf Wollstück zeigen. Es ist leichter als, ja, die Diskussion zu suchen oder Probleme zu finden. Ja, die Greta macht auch hier Umwelt nicht alles richtig, deswegen darf ich nichts sagen. Lass uns nicht über die... War jetzt nur ein Beispiel. Ja, lass uns nicht über die Greta und Flugzeugträger der Amis sprechen, das regt mich nicht. Lass uns lieber darüber reden, dass Kovnatsky verpflichtet wurde. Ja, aber ich wollte eigentlich, wollte ich nochmal zurück zu dem Ganzen, weil es ging um die, über die Röttgermann-Unruhen, ging es ja einmal um seine Projekte, wo die er nicht wirklich angemeldet hat. Auf der anderen Seite ging es ja auch um die Ablösesumme von Benito Rahmann, die dann anscheinend nicht so hoch war, weil die Fortuna tatsächlich dann das Beraterhonorar gezahlt haben soll und nicht Gelsenkirchen. Ja, aber was da halt mit, wenn die kompletten Bonuszahlungen reingehen, weil anscheinend hat ja Fortuna einen Vertrag gemacht, wenn Schalke international spielt, kriegt Fortuna nochmal ein bisschen Kohle, wenn Schalke die Champions League erreicht, kriegt Fortuna nochmal ein bisschen Kohle und wenn man das dann irgendwie aufsummiert, dann soll es angeblich sogar mehr sein als 13 Millionen, aber die Ablösesumme an sich soll halt irgendwie bei 9 oder 10 Millionen liegen und die 3 Millionen, die da drauf gerechnet wurden vom Röttgermann, das sind schon eigentlich Bonuszahlungen, die noch nicht getätigt wurden, aber halt Bonuszahlungen sind und Röttgermann hat mitberechnet, weil seiner Meinung sind die ja so gut wie sicher und ja, und genau das ist ja das Problem, dass dann in der Kommunikation halt... Die Ablösesumme von Rahmann bleibt hier irgendwas unter 10 Millionen, weitere 3 Millionen sind Bonuszahlungen, deren Klauseln jetzt schon aktiv sind, Schalke das Geld aber erst am Ende der Saison bezahlen muss, die müssen praktisch, wenn eine Klausel sich im Vertrag aktiviert, haben die einen gewissen im Vertrag festgelegten Spielraum Zeit, das Geld auch zu bezahlen. Michael, du wolltest jetzt auf David Kovnacki kommen, der ist jetzt fest verpflichtet worden, die Klausel der Spielminuten im Vertrag hat gegriffen und jetzt können wir ihm die Hand schütteln und sagen, herzlichen Glückwunsch auf 3 Jahre für Turner Düsseldorf. Es war ja eine Kaupppflicht nach Spielen X, also dass man eine Kaupppflicht hat auf Kovnacki, wenn Kovnacki eine bestimmte Anzahl an Spielen macht, wo ich glaube ich vor der Saison noch gesagt habe, ja das werden wahrscheinlich so 5 bis 10 Spiele sein, dass es dann am Ende doch nur 4 waren, fand ich ein bisschen überraschend, weil es arg wenig waren und das dann eigentlich schon, wo ich mir dann auch dachte, ja aber eine Kaupppflicht nach 4 Spielen. Du darfst halt nicht, also kurz zum Kovnacki-Transfer, die Leihe wurde verlängert und man hat aber die Kaufklausel geändert. Verstehst du was ich meine? Also sind Spiele angerechnet worden, die er letzte Saison bei uns gemacht hat und das Ding ist behandelt worden, als hätte man eine zweijährige Leihe gehabt oder würde man ein Spiel über 2 Jahre leihen und in diesem 2-Jahr-Zeitraum, der sonst so viele Spiele macht, wird er fest verpflichtet. Und ihm fehlten halt auf diese Zahl, die man ausgemacht hat, halt noch 4 Spiele, die hat er dieses Jahr gemacht, man hat die Kaufklausel geändert und voila, hat man einen Transfer, kannst du zum Nutz-Fahnenstil fahren, nach Mehrbusch die Hand schütteln und sagen Happy Birthday. Ja, was ich halt krass, ja wie gesagt, aber so nach 4 Spielen, wo ich dann auch immer gelegt habe, ja warum kauft man ihn dann nicht direkt, aber das wird dann wahrscheinlich irgendwie, das wird dann wahrscheinlich einfach nur sein, dass man die Ablösesumme um ein Jahr verschieben kann, in der Hoffnung, dass Fortuna dann mehr Geld hat. Also dass man praktisch die Ablösesumme erst im Sommer zahlen muss, nächstes Jahr, statt dieses Jahr schon im Sommer und so wie ich es verstanden habe, soll das ja auch eine Ablösesumme sein, die irgendwie über 3 Jahre gestreckt wird und also das ist, das ist so glaube ich einer der kompliziertesten Ablösesummen-Möglichkeiten, die irgendwie jemals getätigt wurden. Also nicht nur, dass man eine Ablösesumme hat und dann Bonuszahlungen je nach Platzierung, sondern wir zahlen halt im ersten Jahr oder wir zahlen irgendwie 3 Jahre am Stück irgendwie 4 Millionen, anstatt einmal 12 Millionen zu zahlen oder weiß ich nicht, ob es jetzt 7 oder 12 war, ja alles wirklich hier im Gespräch, aber dass man es halt streckt über die Zeit und dass selbst wenn man dann Kovnatski irgendwie nächsten Sommer verkauft für 10 Millionen, man trotzdem 2 Jahre lang noch Kovnatski abbezahlen muss. Du kannst natürlich die Summe natürlich auch auf einmal tilgen und du willst, es bietet nur von Donald Düsseldorf die Möglichkeit, diesen Transfer überhaupt so zu machen. Weil die die Kohle eigentlich nicht haben für einen Spieler wie Kovnatski. Nein, irgendwas zwischen 7 und 9 Millionen wird man jetzt zahlen, die Frage ist immer, ist Beraterhonorar mit drin oder nicht und ist die Summe, die man angegeben hat, die Summe, die versteuert ist oder nicht. Das weiß man nicht so genau. Wir können auf jeden Fall nochmal 4 bis 6 Millionen draufkommen an Bonuszahlungen in den nächsten 3 Jahren für Genua. Ich konnte immer so ein bisschen drauf an, wie Fortuna spielt, angeblich hat er auch eine Ausstiegsklausel im Vertrag. Für 25 Millionen. Ja, genau. Werden wir mal gucken, was passiert. So, jetzt sind wir eigentlich durch und jetzt kommt euch die Frage auf, okay, wo gehst du hin? Was willst du wissen? Ich hätte jetzt eigentlich angesprochen, warum Zach Steffen im alternativen Trickweg in Berlin spielt. Das fand ich irgendwie cool. Er hat aber eigentlich den kompletten Regenbogen zur Auswahl. Grün, Orange, Blau, Gelb. Aber irgendwie hat er dann doch in Schwarz gespielt und der Referee war auch in Schwarz. Was das ist, ich habe absolut keine Ahnung. Wo wir gerade beim Kovnatski sind, wollte ich noch ansprechen, dass mich gewundert hat, dass er gegen Freiburg im Prinzip den linken Verteidiger gespielt hat. Dass Kovnatski praktisch gegen Freiburg in der Viererkette, die teilweise zu einer Fünferkette wurde, hat Kovnatski den linken Verteidiger gespielt. Und also im Prinzip hat Kovnatski die komplette linke Seite beackert, von linker Verteidiger bis linker Flügelspieler bis linker Stürmer. Hat mir sehr gut gefallen eigentlich seine Leistung. Nur halt, wenn man halt so viel nach hinten arbeiten muss, fehlt dann halt auch irgendwie die, fehlt er halt vorne. Was, ja wie gesagt, ich fand gegen Freiburg war Kovnatski eigentlich der beste Spieler. Aber, ähm, er ist ja eigentlich trotzdem Stürmer und fürs Tore schießen da. Natürlich hat es mir gefallen, dass er so gut verteidigt hat und so gut nach hinten mitgearbeitet hat. Aber, ja, ich weiß nicht, ob das nicht eigentlich verschwendet ist, ihn dann so defensiv spielen zu lassen. Vor allem gegen Freiburg, die dann so tief stehen und dann auf Konter warten, was sich leider rentiert hat. Aber, ähm, wollte ich nur mal anmerken. Ja, dann sind wir auch am Ende dieser etwas chaotischen Folge angekommen. Ihr habt vielleicht hoffentlich nicht gemerkt, dass wir ein bisschen Down sind von den letzten Fortuna-Spielen. Äh, eure Meinung zu den Themen und Feedback gerne in unserer Mega595-Gruppe unter dem Post der aktuellen Folge. Äh, uns gibt es auf YouTube, uns gibt es auf, äh, uns gibt es auf, äh, Twitter, äh, Facebook, hab ich, glaub ich, auch schon erwähnt. Und, ähm, Links findet ihr auf jeden Fall, egal wo es hier ist, nur diese Folge zu allen möglichen Medien. Und, ja, wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr uns das auch gerne schicken. Und, äh, ja, ich bin der Wampen-Dribbler, er ist der Schwerenski, auch auf Twitter, und dann sagen wir einfach mal Bye-Bye, everybody. Ein guter Kick in die Runde und, ähm, auf doch endlich mal wieder Punkte und die nächste Pokalrunde. Ciao. Untertitelung. BR 2018